Wir wollen ihnen Hindernisse in den Weg stellen. Siehst du die große Eiche da drüben, Paul? Da wollen wir die Raupen hinlenken. Das ist ein sehr kluger Plan, Maya. Alle mal herhören, Männer. Raupenumleitung einleiten. Wir brauchen Zweige und Blätter. Keine Müdigkeit vorschützen. Und alles zack, zack. Blatt Nummer 1 in Stellung. Eiche. Nein. Huiuiui. Auweia, jetzt wird's spannend, Willi. So, jetzt ist es nicht mehr weit bis zur großen Eiche. Danke für eure Hilfe, Paul. Ihr habt die Raupen direkt zur Eiche geleitet. Das war toll. Sehr schön. Raupenumleitung beendet. Nächste Operation. Brücken bauen über die Juckhaare. Damit alle, die nicht fliegen können, sicher auf die andere Seite kommen. Na dann, vorwärts, barsch. Links. 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 Maya, das juckt immer noch, wie verrückt. Ich will, dass das aufhört. Lass dir mal was einfallen. Los, komm, Willi. Fliegen wir zu Flip. Er ist der Einzige, der was über diese Raupen weiß. Untertitelung. Oh! 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 Oh!